Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spezial. Ich bin Alex von der Freedlesser und ich kann mich sogar bewegen. Perfekt. Okay, wir haben dabei unser Tocopi zu trainieren. Ach komm, ich kippe doch mal direkt gegen dich hier. Dieser Blick, wie faszinierend. Das war eine sehr schlechte Anmache. Naja, obwohl immerhin, ich meine, wenn man einen männlichen Typen, äh, wenn man einen männlichen Charakter nimmt, dann, äh, steht, pah, das wird auch immer toll, wenn man über durchgehen. Dann sagt er, oh, welch faszinierender Blick, also, das geht ja mal gar nicht. Hoppala, Horn-Attacke. Sieht ja schon schlecht aus. Und es zeigt keine Wirkung. Wieso zeigt es keine Wirkung? Hat das Viech irgendeine Fähigkeit, Munterkeit? Gab's dann hier noch gar nicht. Wieso also zeigst du keine Wirkung? Naja. Ah, und du brennst. Schön. Jetzt zieht er noch einer, verknöme ich nichts mehr. Und wir können dich wieder im Teckel besiegen. Was sind böse rote Augen, wir haben. Und wir erlernen Metronom. Und wir haben diesen Camper hier besiegt. Ah, das ist enttäuschend. Ein paar Angler. Ein wildes Pokémon. Und ja, ich nehme Pokémon-Crystal immer nur nachts auf. Welche Probleme damit? Hm? Ja, super Schall. Das ist ärgerlich. Komm, hau mal was raus. Komm, hau mal was Cooles raus. Ja, Feuerschlag. Ist immer nice. Trotzdem hauen wir ab. Nee, wir sind schon verwirrt. Genau, wir hauen ab. Hm, was haben wir hier oben? Ich glaube, es war ein super Ball. Genau. Was willst du? Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Sind sie auch so hässlich. Und schwach. Und okay. Du bist also schleimig und hast keine Arme. Gut zu wissen. Ah, komm, Kinder. Ja, stecken wir weg und jetzt kommt Metronom. Wie, Rasierblatt oder so? Hm, jetzt sind wir wenigstens schneller als er. Okay, was haben wir jetzt? Psywelle. Nett. Ach, Gott, Knarre. Stecken wir auch immer noch weg. Komm, jetzt. Äh, ja. Okay. Ein Volltreffer. Der Rudenschlag bringt nichts. Du greifst mit Aquaknarre an. Oh, Bauchtummel wäre nicht mehr gegangen. Hätte so unseren Angriff maximiert, aber es hätte uns unsere FKP hier gestohlen. Dann wäre Slam ein One-Hit-K.O. gewesen. Komm, jetzt. Vorne Statue. Das gab's ja nicht. Donner-Schock hat keine Wirkung. Aber guter Versuch. Komm, jetzt hab ich schon mal besiegt hier. Donnerville zeigt genau so wenig Wirkung wie Donner-Schock. Joggle-Pie. War eng. Ja, dann müsstest du's mit dem Tickle machen. Das wird doch jetzt ärgerlich, wenn du's verlieren. Tickle mal weiter. Und jetzt besiegen wir's. Das gleiche Faktik Offscreen-Training, aber ich glaube, das bringt's erst mit Pokémon wirklich ganz extrem schwach sind. Wenn ich zum Beispiel an meine Pokémon Level 25 und ich fange mir dann 1 auf Level 8 oder so. Wie möchtest du die schmackhafte Gehalt-Full-Effekt-Monode zubereitet haben? Für dich jetzt nur eine Million Poké-Dollar. Möchtest du sie? Nein. Du möchtest sie nicht, dann mach dich vom Acker. Ich würd gerne mal wissen, was wir sehen, wenn man hier cheatet. Mit einem Millionen Poké-Dollar. Ja, sagt, ich bin sagt ja trotzdem, was du möchtest, du hast gar nicht so viel Geld. Hey, du. Schenk mir eine Angel. Ja, gib mir eine Angel. Ich bin jetzt auch ein Angler. Korall. Angel ist voll toll. Hm. Hm, laber keinen. Und du halt meine Pokémon. Wir sehen erst mal noch die paar Angler da hinten. Wie sieht es, da spüße ich selber einer. Ey, du. Ich bin Herr Speites, Angeln und Pokémon. Darum werde ich nicht verlieren. Ich glaub, dieser Trainer hat einen Baldorfisch, oder? Oder hat der einen Baldorfisch? Ne, ein Goldini. Baldorfisch war später einer. Los, Togopi. Wir haben leider kein Pflanzen-Pokémon. Das ist ärgerlich. Aber wird schon klappen. Halt ich nicht den Pflanzen-Pokémon im Kopf? Ich hatte doch gestern mein Team, das wollte ich aufschreiben. Ah, damn. Also ein Pokémon weiß ich auch noch. Na, was war noch mit den letzten beiden? Ich hab' keinen Plan mehr. So, doch. Aber ich weiß nicht, ob wirkliches Pokémon eine Pflanze sein sollte. Oder was? Elektro-Pokémon? Ach, hallo Mama. Mama nervt hier. Ruft immer an und sagt, dass sie uns immer welche tollen Sachen gekauft haben. Sind das meistens irgendwelche Supertränke oder Poké-Puppen oder sonst was. Angler, Achmed. Mit deinem Quopsle auf Level 8. Achmed auf Level 8. Ich nutze es mal gar nichts. Sollen jetzt kommen wir mit deinem Konter. Wir lassen deine Verteidigung sinken. Nein, wir schlafen natürlich nicht ein. Sondern wir greifen mit Stachelspore. Achtung. Boah. Oh, ey. Togelpeer ohne den richtigen Angriff ist das so nutzlos, das Viech. Lernst du dich bei Hardgold-Stold-Syvalence, glaub ich, Sondersensor. Ja, komm, der Blubber, der ist egal. Tackle besiegt man nicht, aber nicht mal einen roten Schlag. Da sieht man das Eagle Lava ein Spezial-Pokémon ist. Und da reicht auch. Oh, kacke. Nee, wir sind jetzt wieder zurück zu Togopi. Und, äh, cool, wenn da schläft man hat, ist gar kein Schrei. Das ist mir niemals so richtig aufgefallen. Das ist mir niemals so richtig aufgefallen. Das Klick aktiviert ja schon auch noch die Beere. Wie toll. Wie toll. Wow. Wegen dir habe ich den Fisch verloren. Oh, das tut mir leid. Angler Albrecht mit Karpador. Prostokopi. Metronom. Das könnte fast länger dauern, deswegen werde ich ein bisschen den... Oder? Nee, okay, das ist aufgewacht. Oh, oh, Toxie. Uh, fies. Okay, Toxie allein wird dieses Buch und schon besiegen. Wir haben einfach mal Charme. Doch, ich speed jetzt doch. Ich weiß, ich wollte nicht speeden, aber das ist jetzt halt nur auf Zeit. So, das war das erste Karpador. Jetzt kommt das zweite. Mal schauen. Bestimmt kommt das Giftpuder oder so. Das ist ja mies. Stahlflügel. Wie auch immer Togopi das hingekriegt hat. Togopis Verteidigung steigt. Na, meinetwas. Sandsturm. Üh. Tut uns auch weh. Klatscher. Mit dem großen Effekt. Fluffstrahl. Doch, ich speed jetzt doch, weil das ziemlich lange dauern wird. Fegelkick. Und Coverdorfel 15. Geil, mega sauber. Joa, und ich muss es wechseln. Das hat kein Einglopfen mehr. Platsch. War hier oben nicht auch noch ein Trainer? Naja, dann halt nicht. Dieser Orden. Es ist Viola City. Du hast Falk besiegt. Ja, hab ich. Und schön, dass ich eben so schnell gemacht habe, aber Kämpfe gegen Karpadors sind noch arg langweilig. Vor allem, wenn man so scheiße hat, wie die Attacken, die Togopi dann mal mit Metronum raushaut. Feuer, Odem. Könnte paralysieren. Tut es nicht, okay. Dann halt nicht. Giftstachel, komm, vergifte es. Ja. Machen wir da ein bisschen Scham. Damit es dann vom Gift erledigt wird. Wenn es keinen Schaden mehr macht, wird es vom Gift erledigt. Und wir können dann irgendwie Tränke benutzen. Okay. So. Müssen wir mal einen Trank. Haben wir genügend von. Das Gift wird es langsam dahin raffen lassen. Komm, jetzt. Hyperstrahl ist so eine Scheiße noch. Aquacanar geht natürlich auch. So. Jetzt kommt noch ein Taupsi. Der hat dann, glaube ich, noch ein Habitag. Tackle. Metronom. Giftpuder. Also echt, wir haben es heute mit dem Gift. Giftstachel, Giftpuder, Toxin. Alles schon gehabt. Und auch hier gilt wieder. So wenig Angriff wie möglich. Ich glaube, der Zwecker PSP ist eh schon aus der Macht. Also das Second Unstieg, ob ich jetzt nochmal das einsetze. Ja, Tackle. Ist eine Step-Attacke. Giftstachel, Toxin. Metronom. Komm, was ist jetzt raus? Fußkick. Ja. Okay. Gift besiegt es nicht. Doch, besiegt es. So, und jetzt kommt der letzte. Sein Habitag. Auf Level 8. Mit Schnabel. Oh, einer gefälligter Tacker. Oh, nee. Schon wieder Sandsturm. Warum, Trogopi? Ja, komm. Das würde mich jetzt besiegen. Hul ich mir mal Quapsel wieder raus. Mit Schnabel. Oh, ein Volltreffer. Okay. Sandsturm trifft beide. Dann blubbern wir da noch ein bisschen rum. Schnabel trifft wieder beide. Äh, nicht Schnabel trifft wieder mal. Schnabel trifft wieder und Sandsturm trifft beide, würde ich sagen. Da ist hier die Schnabel-Attacke. Und ich werde jetzt von uns an Sturm besiegt. Danke, Trogopi. Es war indirekt deine Schuld. Ich mach's fertig, Trogopi. Guck mal, wir haben einen Trank. Dann wird der Sandsturm auch schon erledigen. Wird sich irgendwo verarschen, oder? Los. Und. Pff. Nice try. Komm, muss dafür angreifen. Nur in Angriff. Sehr. Ich möchte ihn in der Form durch Trogopi allein von Trogopi alleine halten. Schabel. So, und jetzt kommt's. Stachler. Wir haben Stachler ausgelegt. Immer ein Trittattacker sehr. Das war ein Krampf, ey. Riko wurde besiegt. Ich kenne meine Schwächen. Okay. Cool. Hi, meine Pokémon. Damit haben wir... ...dieses Selbstverrutsch, oder ich weiß nicht, wie sie heißt, erledigt. Im nächsten Part gehen wir in den Einheitstunnel. Bis dahin.